Hallo Leute, merkt euch bitte den 14. April, weit ist es soweit, großes Boots- und Echolot-Event am Möhnesee am Südufer, 14. April, am Laden von Uli Beyer bei Angelussert. Und ich bin hier heute in Speyer zu Besuch bei Bootssport Gräf. Die kommen nämlich auch und was sie mitbringen, das erklärt euch der Chef, der Christopher Gräf, am besten mal gleich selber. Hallo Leute, ich bin der Christopher vom Bootssport Gräf und wir wollen euch einladen zum 14. April zum Möhnesee, das Echolot- und Boots-Event dieses Jahres. Mit im Gepäck haben wir das 1400er Fury Elektroantrieb mit Pegatrailer, perfekt für den Einsatz am Möhnesee mit Elektromotor. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Bis dahin.